Heute zeige ich euch einen super leckeren Kichererbseneintopf, der günstig zu machen ist und dazu auch noch komplett vegan ist. Als erstes würfeln wir eine rote Zwiebel. Einen guten Schuss Olivenöl in die Pfanne und dann die Zwiebeln mit rein. Einfach so zwei, drei Minuten schon mal anbraten lassen bei mittlerer Hitze. Und dann kommen wir zu den Kichererbsen. Kichererbsen mag ich persönlich total. Eine sehr günstige Zutat, sehr sättigend, ziemlich nährstoffreich und total gesund. Und eignen sich für ganz viele Sachen. Meine Lieblingsverwendung natürlich Hummus. Aber heute in so einem Eintopf kommen die auch richtig gut. Hier sind zwei Dosen, die schon abgetropft und abgespült sind. Immer mit Wasser nochmal abspülen, bis es nicht mehr schäumt. Und dann einfach mit in die Pfanne geben und anbraten. Und ich glaube, ich gebe sogar nochmal ein bisschen Olivenöl extra dazu, damit die auch so ein bisschen crispy werden. Die könnt ihr da drin jetzt nochmal so drei, vier Minuten lang mitbraten. Achtet nur drauf, dass euch die Zwiebeln nicht verbrennen, falls ihr es bei einer höheren Hitzeite macht. Wir können in der Zwischenzeit auch schon mal ein bisschen Reis vorbereiten. Ich habe hier schon mal ein bisschen Wasser vorbereitet. Ab in den Topf. Und habe so 250, vielleicht 300 Gramm Reis. Den habe ich vorher auch schon abgewaschen. Bei Reis ist ja, wissen es viele nicht, dass man den auf jeden Fall abwaschen sollte. Einfach um einmal Schmutz und sowas natürlich zu entfernen. Aber vor allem auch um so ein bisschen stärker abzuspülen. Denn dadurch wird er am Ende fluffiger. Die ganze Konsistenz vom Reis am Ende ist besser. Dementsprechend gebe ich jetzt diese Schale Reis in mein Wasser. Ein bisschen Salz kommt natürlich auch noch mit dazu. Und jetzt einfach einen Kochdeckel drauf. Auch das spart Energie und sorgt dafür, dass der Reis besser garen kann. Und jetzt einfach köcheln lassen bei niedriger Hitze für so 10 bis 15 Minuten. Je nachdem, was für einen Reis ihr auch habt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Vollkornreis machen. Dann wird das ganze Essen nochmal gesunder. Ich habe hier Basmati genommen. Als nächstes kommen wir zum Knoblauch. Das ist auf jeden Fall die günstigste Variante, um für wenig Geld viel Geschmack ins Essen zu bekommen. Die Knoblauchzehlen werden gewürfelt und zu den Kichererbsen geworfen. Anschließend kommen wir dann zu den Gewürzen. Ich persönlich gebe gerne Chiliflocken und Kurkuma mit hinzu. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch anders würzen. Zum Beispiel mit Paprikapulver statt Chili, falls es nicht so scharf müht. Salz und Pfeffer sind natürlich Standard. Die dürfen nicht fehlen. Auch davon nochmal was. Und alleine so gebratene, gewürzte Kichererbsen sind ja schon eine verdammt leckere Sache. Natürlich entwickeln wir das heute nochmal ein bisschen weiter, weil es ja eine Art Eintopf gleich wird. Das Ganze mit Gemüsebrühe bedecken, Deckel drauf und dann bei geringer Hitze noch ein bisschen köcheln lassen. Für ungefähr so 10 bis 15 Minuten ist eine gute Länge. Das ist auch genau die Zeit, die wir jetzt brauchen, um ein paar Kräuter vorzubereiten. Denn ihr habt ja schon gesehen, ich habe hier wahnsinnig viele frische Sachen liegen. Ich habe hier Koriander, Petersilie, Dill und Minze. Falls ihr jetzt nicht alle Kräuter habt, nicht schlimm. Ihr könnt das natürlich auch deutlich weniger machen. Aber, falls ihr sie habt, zum Beispiel im Garten oder günstig irgendwie beim Nachbarn klauen, dann könnt ihr natürlich die gerne benutzen, weil die bringen einfach nochmal so eine Frische mit rein und wirklich viel Geschmack. Und ich finde, dieser Eintopf, der wird eben besonders durch diese Kräutervielfalt. Und gerade Minze und Petersilie zum Beispiel kann man auch echt gut zu Hause anbauen und hat dann einfach keine Kosten mehr beim Einkauf. Denn immer so diese kleinen 15 Gramm Plastikbeutelchen, die sind relativ teuer für das, was man bekommt. Und wenn es aus dem eigenen Garten kommt, hat man ja sowieso ein besseres Gewissen. Bei mir kommt es trotzdem von der Rebe. Außer die Petersilie. Danke an Pauls Mama. Die Petersilie ist übrigens von Pauls Mama. Das köchelt so ein bisschen, das köchelt so ein bisschen, wobei ich den Reis auch mal im Auge behalten muss, dass der auch gut ist. Ich habe es jetzt nicht mit der Quellenmethode gemacht, sondern einfach sehr viel Wasser gegeben und werde den gleich nochmal abtropfen. Aber, mal probieren. Ah, wunderbar. Der kann schon mal beiseite gegeben werden. Nehmt zum Kräuterhacken am besten ein richtig schönes, großes Messer. Einfach, weil man damit die Kräuter deutlich besser klein bekommt als mit so einem kleinen Gemüsemesser. Was ich immer gerne mache, damit es einfacher wird, ist die ganzen Kräuter wirklich so auf einem kleinen Haufen. Dann eine Hand fixiert das Ganze und macht es wirklich so klein. Ihr könnt das Ganze auch so einmal umknicken. Und dann einfach mit dem Messer durchgehen. Und dann merkt ihr schon, wie fein es alles wird. Und dieser Führungsfinger, den ziehe ich immer so ein wenig nach hinten, sodass die anderen Finger im Endeffekt einfach alles zusammenhalten. Und der Führungsfinger das Messer führt, dann einfach diese wippende, fließende Bewegung machen. Und schon habt ihr Petersilie. Falls ihr die jetzt noch feiner haben möchtet, dann könnt ihr natürlich da auch nochmal durchgehen. Und genau da ist so ein großes Messer sehr, sehr sinnvoll, weil ihr eben die ganze Fläche abdeckt und diese schöne Wippbewegung machen könnt. Und ihr seht schon, das geht schon in die richtige Richtung. Und für mein Essen heute ist das schon fein genug. Mit dem Koriander machen wir genau das Gleiche. Und gerade Koriander im Sommer wächst ja so fantastisch. Der wächst wirklich wie Unkraut. Und wenn ihr ein Koriander-Fan seid, dann kann ich euch wirklich mal raten, es auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett selber anzubauen. So, als nächstes kommen wir zu einem ganz anderen Kräuter, nämlich Dill. Dill verbindet man ja meistens mit Fischgerichten. Und auch ich denke da sofort an eine schöne Fischsoße oder an Lachs. Aber mit Dill kann man auch an anderen Stellen kochen, wie zum Beispiel in so einem Eintopf. Und das gibt eine schöne würzige Note mit rein. Wenn ihr das Ganze ohne macht, auch nicht schlimm. Aber ich würde es euch wirklich mal raten, weil mir Dill gerade in diesem Essen sehr, sehr gut gefallen hat. Dann schnippel ich auch den Dill einfach klein. Und auch jetzt, wo der Dill geschnitten ist, was da für ein Aroma hochkommt, das ist wirklich krass. Wahnsinnig kräftiger Geschmack. Dementsprechend auch vorsichtig damit umgehen und keine so großen Mengen davon ins Essen packen. Sonst wird es ein bisschen zu Dill-lastig. Die Kräuter könnt ihr dann auch einfach mit in eure Pfanne oder euren Topf geben. Ich benutze ja heute eine Hochlandpfanne. Dementsprechend habe ich auch das ganze Volumen dafür. Falls ihr jetzt nur eine plache Pfanne zu Hause habt, dann nehmt euch gerne auch einen Topf. Minze ist jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen. Die nehme ich dann nachher als Topping. Ich finde, die gibt noch eine ganz schöne Note mit dazu. Ist optional, aber ich bin ein riesiger Minz-Fan. Und wenn ich schon mit so vielen Kräubern koche, dann darf Minze auch nicht fehlen. Da werde ich jetzt einfach die groben Zweige abzupfen, beziehungsweise die Blätter von diesen Hölzern stielen. Denn beim Koriander und bei der Petersilie könnt ihr die Stiele mit verarbeiten, weil die noch relativ grün und lecker sind und frisch. Bei der Minze ist es so, dass der schon deutlich hölzerner ist. Und wenn ihr die mitverarbeitet, habt ihr halt immer so kleine festere Stücke im Essen. Der Blattspinat kommt dann anschließend auch mit in die Pfanne und köchelt mit, bis er zusammenfallen ist. Und ihr seht, der Spinat hat sich da jetzt super eingefügt. Ich finde es vom Verhältnis auch gut, aber ihr könnt natürlich auch gerne noch mehr Spinat mit reinmachen, wenn ihr den denn mögt. Reis ist schon abgegossen, ist hier an der Seite und den gebe ich als allererstes mal in eine kleine Schüssel. Denkt auch bei der Konsistenz von dem Eintopf dran, dass der Reis das Ganze ja auch gleich noch ein bisschen aufsaugen wird. Und dementsprechend macht das Ganze auch gerne ein bisschen flüssiger, als ihr vielleicht denkt. Eine gute Kelle von unserem Kichererbsen-Spinat-Eintopf drauf. Und natürlich auch ganz viel von der Flüssigkeit, denn da hängt ganz viel Geschmack mit drin. Und jetzt noch ein paar optionale Zutaten, die ich euch aber sehr empfehlen kann. Nämlich einmal ein wenig Joghurt. Der bringt dann nochmal eine richtig schöne Frische mit rein. Und hier ist fast egal, was für einen Joghurt ihr nehmt. Ein bisschen Zitrone über den Joghurt und auch über das komplette Essen. Und natürlich die Minze, die wir gerade schon geschnitten haben. Auch die kommt in der Verbindung sehr, sehr gut. Und schon habt ihr ein wirklich leckeres, gesundes und ziemlich günstiges Essen zugebreitet. Dementsprechend probiert es gerne aus. Schaut auch gerne bei Tormac vorbei. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Der Link ist unten drin. Und hier oben findet ihr noch ein weiteres Video. Falls ihr jetzt noch mehr Appetit bekommen habt, das hier ist auch sehr lecker. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.